Boah, endlich Wochenende und endlich in Ruhe zur... Na, mein Lieber, was hast du denn vor? Ich wollte mit den Jungs ein bisschen zocken. Also, als ich so alt war wie du, da haben wir uns noch in echt getroffen. Draußen, vor der Tür. Ja, die Story habe ich schon tausendmal gehört. Naja, wie auch immer. Das Ding kannst du gleich wieder ausmachen, Freundchen. Was? Warum? Es ist Wochenende. Ganz genau. Und am Wochenende haben wir viel vor. Du, mein Lieber, mähst den Rasen, bringst den Müll raus, fegst die Straße... Aber das Wochenende ist doch zum Entspannen da. Also, als ich in deinem Alter war... Nein, 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 bitte, verschone mich. Lass. Oder es gibt Option 2 für dich. Oh, was wäre das? Ich nehme dir das Ding weg und schmeiße es aus dem Fenster, wenn du deinen Arsch jetzt nicht bewegst. Mann, ey!